grüße euch der neocortex hat nach der nach dem letzten plasma heizungs video einen comment geschrieben ich möchte mal kurz vorlesen ich bin vielleicht auch nur etwas verklemmt aber ich kann mir nicht zwangsweise vorstellen dass in einer selbstgebauten anlage das passieren soll was wissenschaftler in super teuren anlagen nicht schaffen ich meine es nicht böse aber ich fürchte du wirst um mechanisierte messung nicht herumkommen raspberry pi dürfte ausreichen damit wir einen ordentlichen eindruck bekommen was da passiert ich habe mir eben vorgenommen auch einen reaktor zu bauen aber so wie ich denke dass es am besten ist ich bin ja immer noch schüler also weiß ich nicht wie lange es dauert weil ich auch nur ein kleines budget habe wenn ich mit den plänen fertig bin lade ich sie gerne hoch damit kann ich schon mal hören was ich vergessen habe ja klar so mache ich ja auch ich mache auch demnächst ein video dazu wie man einflüsse von außen abfedern kann wäre cool wenn dieses experiment gelingt denn wir brauchen energiequellen liebe grüße neo ok dann machen wir es mal so kurz wie es geht wieso das bei mir funktionieren soll oder bei anderen leuten in der billigen anlagen wenn es in super teuren anlagen nicht funktioniert ist für mich ziemlich einfach zu erklären für jemand junges ist es vielleicht naja ich kann mir erst nur meine erfahrungen wieder geben die ich gemacht habe in den letzten jahren und bei mir hat es ja mit dem bedienemotor angefangen hier mit so einem teil einfach ein lüfter motor umgebastelt 9 volt block dran und ab geht's und 2 volt leds und mehr funktioniert einwandfrei und hält übelst lang ja mit den dingern bin ich damals in meine damalige arbeitsstelle war gegangen das war der oder ist immer noch der weltmarkt führer im bereich atomkraft war vorher firma siemens gewesen siemens kwu und 2006 haben sie dann im image wechsel gemacht keine ahnung jedenfalls hießen sie dann ariva und haben ganz viele leute neu eingestellt und ganz viele alteingesessene in anderen branchen eingesetzt und mit dem ding bin ich halt praktisch ins kann kraftwerk habe meine kollegen gefragt hat meinen chef gefragt wieso das so funktionieren kann die kollegen hat es schon interessiert konnten sie mir aber auch nicht so richtig erklären wieso weshalb warum und die chefs sagten dazu dass wir uns auf das konzentrieren sollten oder zu mir jedenfalls die anderen haben es ja nicht die sind deswegen nicht angegangen worden zu mir wurde gesagt dass ich mich auf das konzentrieren sollte was in der firma verlangt wird allerdings bin ich ja damals da nicht ohne grund zum weltmarkt führer gegangen die auch natürlich weltmarkt führer im forschen sind und wir haben dann jeden monat so eine info zeitschrift bekommen wie bg so wie hießen mir naja egal jedenfalls mir waren da mit dabei gewesen unsere abteilung und die forschen ja auch offiziell an fusionsreaktoren und als ich mich da so ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt habe habe ich mitbekommen dass da hauptsächlich werbung nach außen dafür gemacht wird aber in der firma drinnen konnte ich niemanden so richtig finden der da dran irgendwas gemacht hat bis dann eines tages moment die namen muss ich hier oben mal bisschen wegklappen das gehört sich ja nicht unbedingt aber bis dann eines tages mal dieser schöne artikel drin gewesen ist und zwar haben die den weg zur fusions zum fusions zur fusionsenergieversorgung brückentechnologie genannt also breaching the gap war das der englische slogan dafür so und wenn ihr jetzt mal sehen wollt wie weltmarktführer sich die entwicklung einer brückentechnologie vorstellen dann ja das ist jetzt offiziell also das ist nicht irgendwie gefickt von mir ich habe selber gedacht ich gucke nicht richtig ja genau alles braucht seine zeit das ziel erreicht man allemal gut so bevor ihr jetzt aber anfangt tot deinen prass auf die arriva leute zu schieben möchte ich mal sagen das ist gar nicht so verkehrt dass die riesengroßen aufgeblähten firmen die da nur von aktien und zahlen abhängig sind da eben nicht den ersten schritt machen sondern meiner meinung nach wäre es das naturrichtigste so dass wir auch alle was davon haben wenn wir das alles selber machen könnten so und deshalb mittlerweile ich bin jetzt 35 aber mittlerweile kapiere ich sogar leute die dann ja manchmal da offiziell etwas zurückhalten tja damit eben solche wie wir das wirklich mal ausprobieren können und dann von unten her die infos bekommen oder die 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 infos wachsen können anstatt dass wir von oben immer diktiert bekommen wie wir irgendwas zu sehen haben also finde ich voll naturrichtig hier mit dem badini motor haben wir es ja schon gesehen batterien refreshen und so weiter das nächste ding war dann der tooltief wo wir dann praktisch gelernt haben wie wir batterien richtig auf 0,3 volt 0,4 volt runterziehen können und das hat dann ich glaube keine zwei jahre hat es gedauert ungefähr ja und dann habe ich eine nachricht gesehen dass eine große firma was heißt große firma also jedenfalls jemand der eine fabrik hat und sowas herstellen kann das ist ja schon ein bisschen größer da jetzt auf den markt gekommen ist mit so einer kleinen platine mit der du eine a batterie achtmal länger betreiben kannst als original also deinen mp3 player damit mit der a batterie betrieben wird achtmal länger betreiben kannst ist das nicht toll ja wir freuen uns trotzdem weil so haben wir uns das ja eigentlich gedacht es gibt keinen anderen weg die ganze technologie ist da seit spätestens seit nikola tesla spätestens seit nikola tesla wissen es zumindest die ganzen industrieleute wie das funktioniert die ganz großen und ja jetzt wird es langsam mal in der zeit dass auch wir kleinen das lernen um damit umzugehen damit wir uns auch ein bisschen weiterentwickeln und schon allein schon allein von daher ist es für mich jetzt gar noch verwunderlich wenn bei jemandem in der küche irgendetwas klappt als in irgendwelchen show labors allerdings hat natürlich auch das zwei seiten also wenn wir alle so unentwickelt bleiben ja eigentlich ist läuft ja schon vorhanden also gemäß dem fall dass wir jetzt alle auf der entwicklungsstufe stehen bleiben und dann trotzdem die technologie stufe weitermachen da müssen wir ein bisschen aufpassen einer der auszug das fürchten zu lernen da denke ich jetzt jedes mal kann das hier war ein bild gewesen was mir von der arewa firma geschickt wurde kurz nachdem fukushima passierte das war ein einziges blatt auch so ein bisschen dickeres papier kein stinknormales aus maschine ja und da stand nur das hier drauf ja also ich war ja damals voll voll in dem verschwörungssumpf drin und habe dann mitbekommen dass die firma siemens ein system entwickelte was alle kernkraftwerke der welt miteinander verbunden hat und habe mir damals in meinem angstfilm schön erfolgreich eingeredet dass die firma wo ich da gerade eben bin was mit fukushima zu tun hat ich meine hat sie ja auch bestimmt hier sony fukushima laptop zellen und wo werden die laptops verbaut die akkus in fujitsu siemens computern ja nur mal so nichts nebenbei aber gewisse verbindungen gab es da eben schon so jetzt im nachhinein kommt ja aber irgendwie raus dass es da auch ziemlich viel manipulierte filmaufnahmen von fukushima gegeben hat und dass der höchstwahrscheinlich auch eine ganz schön große schauspieler truppe im einsatz gewesen ist habe ich damals noch nicht gewusst ne ich habe damals bisschen panik bekommen und wollte so schnell wie möglich weg davon sind wir dann noch 10.000 euro abfinden durch die lachen gegangen aber im endeffekt war das vielleicht ganz gut so gewesen für meine entwicklung so von daher also ihr macht euer zeug schon er bringt das schon in ordentliches level denke ich mal ich vertraue ich habe ja nach wie vor immer noch gute freunde ex arbeitskollegen dort und ja war mal ganz interessant gewesen aber so dass ihr jetzt mal meine vergangenheit dazu wisst was mich dazu befähigt dran zu glauben dass bei mir in der küche im kochtopf eher was funktionieren kann als in der teuren anlagen irgendwas hat er denn noch geschrieben der neo dann moment ach ja eine messung mit einem westbügel schlägst du noch vor vielleicht irgendwann mal mal schauen also in westbügel habe ich schon habe ich schon hier hier läuft da also es ist schon alles in vorbereitung ist anders mal so aber bevor mir dann noch stinknormale digitale messgeräte durch rauchen wenn ich begeben pulse direkt versucht zu messen lasse ich das erst mal allgemein bei den schwingkreisen irgendwas während des betriebs so zu messen dass du absolut keine störung rein bekommst also da muss mir mal noch jemand zeigen wie es funktioniert also ich könnte mir höchstens irgendwie berührungslos vorstellen über irgendwelche felder die man weiß nicht ob du koppel aber selbst da ist schon wieder bringst du eine störung rein naja gut okay bei den bei den großen sachen hier hast du ja gesehen dass es sogar mein digitalthermometer total durcheinander gebracht hat obwohl da kein direkter zusammenhang dazu da gewesen ist aber das destilliertes wasser war es zwar nicht gewesen auch normales leitungswasser aber trotzdem von daher deshalb halte ich da erst mal so ein bisschen die die finger weg davon und gucke wirklich nur wie schnell das wasser warm wird wie hell da noch irgendwas in lux leuchtet wenn überhaupt aber mit der schule berechnung und dem wasser und der hitze das ist schon ziemlich verlässlich finde ich so da hast du geschrieben dass du deinen reaktor so baust wie du das am besten denkst ja auf alle fälle das ist ja genau das was vielleicht auch die industrie will dass das schwarm bewusstsein sich mal über die neuen infos her macht und dann noch viel viel geilere ideen sogar kostenlos veröffentlicht werden wo die dann natürlich wieder ansetzen ihre produkte wieder verbessern können aber im endeffekt haben so wieder alle was davon also rum wie nun es geht voran aber wo ich jetzt doch noch ist halt angeboren bei mir wie sich die liebe geschichte mit dem dass wir immer ein arschloch brauchen was uns beherrscht so und da sollte angeblich laut diesen prophezeiungen aus den letzten jahren jahrhunderten dann schon irgendwo eine zeit geben wo kurzzeitig die leute alle total happy und total glücklich sind sowie also für mich ist das jetzt ungefähr die zeit was aber kurz darauf folgt ist das komplette gegenteil ziemlich kurzzeitig und ich denke mal nicht dass muss verhindern kann niedriger niedrige frequenzen kommen immer nach und wenn wir da jetzt in so eine frequenzstufe höher gehen da wird es einige geben die können mitgerissen werden oder wird sehr schmerzhaft oder wir werden sehen also es gibt da die krassesten fälle ja da muss man halt ein bisschen aufpassen und wenn das zu viele sind wenn dazu viele von diesen niederen frequenten hier auf der base solche experimente machen so ein reaktor mein wegen ich sage es mal ganz blöd komplett luftdicht verschließen da gibt es strom drauf geben dann entsteht wasserstoff und irgendwann zündet das ganze ding und ihr fliegt komplett um die ohren und dann passiert irgendwas in die öffentlichkeit kriegt das mit ist der weg natürlich wieder ganz schnell dahin irgendwelche parteien zu wählen die uns schutz davor gewähren also klar bin ich auch dafür dass man gewisse grenzwerte einhalten und so weiter und so fort aber mir wäre es echt lieber wenn das komplett dieses schwamm bewusstsein macht und wir uns alle selber maßregeln anstatt einmal kurz über zu schnappen um dann uns wieder ein großes maßregelungssystem aufpropfen zu lassen ja das war aber wie gesagt nur die possibility wenn die niederen frequenzen überhand behalten so jetzt am ende mal noch zwei personen die mir auf dem weg hier hin auch viel angst genommen haben geschafft haben mich meinen ängsten zu stellen die hintergrund infos davon zu beleuchten um dann etwas klarer zu sehen erst mal die was sehr aktuell war jetzt vor kurzem eigentlich erst die twin boys mit ihrem video wo sie fragen von euch beantwortet haben da kann man sich schon mal so einen kleinen überblick geben was denn so bis 2012 passierte was 2012 passiert und was seitdem eigentlich passierte in welcher pflicht wir jetzt eigentlich sind was wir jetzt eigentlich voranbringen müssten und als zweites hat sich der horst weyrich bei mir gemeldet schöne grüße noch mal an dich der hat mir damals in der ersten aufwacht zeit sehr sehr geholfen das war so 2009 2010 und er hat eine sehr sehr gute internetseite gemacht wo er seine seine aufwachphase mal detailliert aufgezeichnet hatte sowie tagebuch mäßig auch seine entgiftungsphasen die er durchgemacht hat was ich bei ihm privat rundherum so alles geändert hat das war einer der ersten die privat ihr leben so ins netz stellten wo ich gesagt habe hey das ist ja richtig authentisch und das ist ja wirklich ein mensch da steht kein industrie oder sonst was dahinter das ist wirklich ein von ich zu ich ding obwohl ich damals noch gar nicht kannte und jetzt ist für mich noch schöner dass er sich auch für was heißt mich oder das was wir machen interessiert er macht auch tatkräftig mit hat mir einen haufen baupläne geschickt wo man mit schul tiefschaltungen die mit eisenkern statt ferrit funktionieren mit 0,61 volt auch noch auto batterien richtig laden kann also nicht so frisch halten kann wie mir mit unseren bedienen die lüfter dingen sondern auch das wirklich kapazität reingeht da werde ich mich demnächst auch noch mal dahinter klemmen und ja das war es erst mal gewesen gibt nach haufen mehr leute die vielleicht genannt werden wollen aber auch ein haufen die nicht genannt werden wollen also das ist ein ganzes rudel was hier dahinter steht das schwarm rudel und ich bin lediglich das tor dafür gut so dann bis später ganz wichtig ist noch am ende weil wahrscheinlich über 90 prozent die infos in dem infoteil unter dem video eh nicht lesen weil es übers iphone anguckt und man da ist wahrscheinlich die infos wahrscheinlich eh nicht sieht die nachricht hier reichte mich vor gut einem jahr da geht es um einen vierten aggregat zustand von wasser also um es ganz kurz zu machen wir müssen ja immer darauf warten bis wir von was heißt wir ich tun jetzt einfach mal mit dazu zählen aber bis von offizieller seite immer so ein kleiner trigger kommt was man darf und was man nicht darf bauanleitungen sind noch und nöcher da die man machen könnte wenn ich mir jetzt hundertprozentig sicher wäre wie was wo funktioniert würde ich mich da natürlich gleich ins größte projekt rein stürzen was das meiste bringt ich habe die erfahrung aber nicht also bin ich auch angewiesen auf solche eindeutigen trigger des schwarm bewusstseins und manchmal muss man halt warten bis vom mainstream irgend so ein trigger kommt dass man wieder was neues machen darf dass jetzt irgendeine zeit wieder reif ist und hier war es so dass eine universität in washington steht hier ein forschungsteam an der universität washington das sind immer geile nachrichten die so losgehen konnte das geheimnis des wassers gelüftet haben ich will nicht wissen wie lange das eigentlich schon bekannt ist aber ist schön dass es so mal im mainstream kommt so und zwar steht hier dass das team und gerhard bollack den vierten aggregatzustand entdeckt hat der jetzt kommt an der membran des wassers entsteht praktisch da wo das wasser zu irgendeinem anderen stoff eine grenze hat so bei unserem test hier ist das praktisch die wasseroberfläche was unsere membran ist und an der stelle schichtet sich das wasser in hexagonale formen irgendwie in so kristallgitter und es reinigt sich von selbst steht hier also könnt alles mal selber lesen den link verlinke ich im infoteil wenn man es auf einem iphone erzählt geht wieder auf dem pc damit das sehen könnt weil um die eigentlichen infos dahinter geht es ja eigentlich ich bin nur das tor dafür ich kann hier gar nichts erklären ich gucke selber wie die ziehe ich ins uhrwerk aber das ist was was mir glauben dazu gibt dass das durchaus was mit vielleicht kalter fusion an der stelle zu tun hat was da eben passiert wenn da so viel mehr schul rauskommen als eigentlich ja das war's dann eigentlich schon und und ja 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 ja